Ich würde gerne noch beten, weil ich glaube, es ist so entscheidend, dass wir mit den richtigen Ohren heute Abend hören. Das Thema Family löst viel Stress aus, auf das komme ich noch zurück. Aber auch viel Freude natürlich. Wir wünschen uns Jesus, dass du das tust, was es im Alten Testament heisst, wo der Jesaja sagt, öffne mir die Ohren, dass ich hören kann, wie ein Jünger hört. Und das wünschen wir uns. Dass wir nicht unsere Geschichten hinein, Geschichten hinein verflechten und es einem mega Druck gibt. Oder dass nicht die Geschichten, die wir vielleicht heute erlebt haben mit unseren Kindern, das hinein versuchen zu verflechten und dann Hoffnungslosigkeit, Resignation zurückbleibt, sondern dass aus diesem Abend ein Leben entsteht. und Familien neu erweckt werden, ihre Leidenschaft mit dir unterwegs zu sein. Und ich danke dir für die Eigenart, die du jedem von uns geschenkt hast, für die Art und Weise, wie wir mit unseren Kindern Leben teilen dürfen. Und aber mit diesem Leben nicht nur irgendwelche Fun-Elemente, sondern wirklich der Inhalt vom Leben, nämlich dir, Jesus. Und da wünsche ich uns, dass du uns Gnade gibst, dass wir nicht im Vergleich bleiben stecken, sondern dass du uns hilfst, wirklich unseren Weg zu finden mit dir. Und Heilig Geist, du bist der Best-Coach. Und wir sagen einfach, du sollst kommen und wir unterordnen unsere Seele, wir unterordnen unseren Körper am Wirk des Geistes Gottes. Und ich bin ja gespannt, was du wirst tun. Amen. Yes, Family First habe ich diesen Abend überschrieben, als Familie Gotterleben. Da sind eure Werbung drin. Und ich muss euch sagen, ich habe eine Zeit gehabt in meinem Dienst, ich komme dann noch darauf zurück, was ich bis jetzt gemacht habe, wo ich gesagt habe, jetzt höre ich auf, über Familie zu reden. Ich habe so viel auf den Ring bekommen, in dieser Thematik. Und zwar in verschiedenster Form, also medial, jetzt ziemlich geschenkt. Weil ich gemerkt, irgendwo, wenn wir um Familie reden, dann greifen wir irgendwo ein Kernstück unserer Gesellschaft an. Und das hat oft viel ausgelöst. Viele haben Stress bekommen. Ich habe gesagt, hey, also, ich meine dir, mit deinen vier frisierten Engeln, ihr könnt schon sagen, wenn du meine Frau hättest, dann wirst du anders schnurren. Ich denke, ja, sorry, ja, also, da kann ich jetzt so nichts dafür. Aber in dem Hinten habe ich immer wieder erlebt, wie ich irgendwie angestanden habe. Es gab dann, als ich auch nochmals durch die Medien bezogen wurde, da, da, verdrehten, Zeugen, also wirklich übel. Und dann habe ich gesagt, jetzt höre ich auf. Ich habe genug andere Themen, die mich auch noch interessieren. Ich kann mich nicht durch den Finger verbrinnen. Und dann habe ich ein Buch geschrieben, so über unsere Biografie, über den Werdegang, was Gott mit uns gemacht hat. Das ist eben das Buch, das vorhin erwähnt ist worden. Buch Jüngerschaft. Und während dem Schreiben, ich war da in den Bergen oben, so über Lektionen, was Gott mit uns gemacht hat, wie er uns gelehrt hat, was für Fragen, die wir uns gestellt haben, bin ich irgendwann zum Thema Jüngerschaft der Familie gekommen. Ehrlich das Thema, wo ich keine Lust mehr hatte, darüber zu reden. Und dann, während dem Reden, ist etwas passiert, dass auf das Mal, ist die Gegenwart Gottes, einfach in diesem Alp heute gewesen. Und ich habe so in einem Fluss diesen Teil geschrieben und merke heute, und das ist die meiste Reaktion, andere reagieren auf andere Sachen natürlich, das Kapitel über die Jüngerschaft der Familie ist wie zu viele Stücke geworden von diesem Buch. Und nachdem, wie ich wieder verschiedenste Anfragen überkomme, habe ich gewusst, hey, ich muss dem wieder treu sein. Da hat Gott etwas in mein Herz gelegt, ich darf das nicht mehr vergraben. Und seither bin ich wieder dran, in den letzten zwei Jahren, mein Herz teilen über Familie und freue mich über all das, was Gott auslöst. Und darum möchte ich euch von Herzen als erstes gratulieren, dass ihr euch Zeit nehmt, sei es im Livestream oder hier vor Ort, um über das entscheidende Thema euch Gedanken zu machen, wie wir als Familie unterwegs sein können, dass Gott in der Familie gross wird. Weil eines muss ich sagen, es gibt keinen schwierigeren Ort als Familie. Und ich möchte nichts glorifizieren heute Abend. Wisst ihr, ich habe vor Tausend von Menschen gepredigt, ich habe vor x Sachen, x Bühnen betreten, aber der schwierigste Ort ist nicht, je grösser das Bühne wurde, sondern je familiärer das wurde. Ich meine, mit unseren Kindern zu Hause, also ich bin jetzt schon ein bisschen älter, ich bringe dann auch noch ein Foto, zu Hause Worshipzeit machen. Ich meine, wenn ich Worship gemacht habe, in der Kirche vorhin, die waren alle so ein bisschen christlich ansozialisiert, die wussten nicht, die wussten, wie man sich so ein bisschen verhalten muss, wie man aufstehen muss, klatschen, lächeln, genau, irgendwie freudig dreinschauen. Unsere Kinder waren nicht christlich sozialisiert, das hat mich verwirrt. Weil du ja die Kitarre vorhin nahmst, zuerst gesagt, aber nicht so wieder singen. Es ist mir noch nie passiert, in der Kirche, dass mir das gesagt wurde. In der Kirche haben wir gesagt, wow, Akuna, wieder mal Föhrschreib. Da bin ich jetzt vielleicht auch angeschissen, aber er war sozialisiert, darum hat er nichts dergleichen getan. Und man hat eben gewusst, jetzt muss man, jetzt tut man so. Natürlich hat es ein paar gehabt, die gesagt, ich bin rebellisch, sitze ich extra da und die Arme verschränke, aber das war ja alles. Aber nebst all den ekstasischen Leuten, hast du die zwei, jeder mit den Armen verschränkt, hast du dann auch locker aufzublenden. Aber jetzt bist du mit deinen vier Kindern und der eine sagt, was soll ich wieder singen? Und der andere sagt, was singst du jetzt für ein Lied? Hast du jetzt ein neues? Nein, die alten sind geil. Und der dritte bohrt die Nase und streicht den Böken und gleich am anderen, am vierten ab. Und du denkst, hey, hallo, was läuft hier? Ich wollte nur eine Wörschreibzeit machen. Und genau so denke ich, du, in der Meth denke ich manchmal, hey, weißt du was, ich flüchte von diesem Club? Das ist mir zu krass, das ist mir zu kompliziert, das ist mir zu attraktiv. Komm, ich flüchte in irgendwas, schönes Gebäude und dann werde ich nicht. Und ich glaube, genau das ist falsch. Und darum sind wir heute Abend da, weil wir nicht mehr in die Flucht Menschen sind. Und ich wünsche mir heute Abend, dass Gott uns ein paar Fluchtwege zutut, als Väter und Mütter. Dass wir heute zu diesem Punkt sagen, auch wenn es der schwierigste Ort ist, es ist, und das gelobene, gleichzeitig der fruchtbarste Ort. Es ist der schwierigste, aber auch der fruchtbarste Ort. Aber jetzt zurück zu unserer Familie, ich habe ein Foto mitgebracht, damit ihr ein bisschen wisst, von wem wir es hier haben. Wir haben das Privileg, vier tolle Kinder zu haben. Die älteste ist Lehrerin in Bern. Er ist bei uns die, die am leidenschaftlichsten singt. Die ist so wirklich unsere Musikfreak-Tante. Die hat immer gesungen. Ihr Mann ist ohne Worshipper. Das ist der Pete. Er ist, jetzt muss ich gleich schauen, also sie steigen neben mir. Dorin ist die älteste und er ist der Pete. Sie wohnen in Könitz, helfen dort ihre Gemeindegründung mit. Nebenan, auf der rechten Seite, steht der Timo. Er ist der zweite älteste. Mit ihm teile ich das Hobby, dass wir leidenschaftlich im Sport unterwegs sind. Am liebsten sind wir gleich Tennis spielen zusammen. Oder spielen wir immer wieder mal Tennis spielen. Ich habe es geliebt, am Abend nach Hause zu kommen, spät am Abend. Und ich wusste, in einem Zimmer ist noch leicht. Er war immer im Zimmer von Timo. Und meistens, wenn es um Champions League gelaufen ist, haben wir noch die letzte vierte Stunde zusammen hineinziehen. Sie sind zusammen auf Dortmund gegangen, als er dann endlich und haben gesagt, hey Timo, wenn du grösser wirst als ich, dann gehen wir in einen Dortmund-Match. Genau, ich behaupte, er ist nicht grösser, er ist gleich grösser, aber wir haben gesagt, komm, wir sind scheisse, wir gehen gleich. Und er hat uns sehr vieles verbunden. Er ist verheiratet mit Rihuana und sie haben uns zum ersten Mal Grosseltern gemacht mit dem Leon, Dorin und der Pide haben sie zum zweiten Mal zur Grosseltern gemacht mit dem Yorim. Dann haben wir Flavia und Luca, die sind ganz links aussen. Flavia ist die dritte und man sagt, so, es gibt eine gewisse Statistik, die sagen, die dritte von vier Kindern ist die kommunikativste. Und ich bin auch die dritte von vier Kindern. Bei uns stimmt es nicht. Okay, also, ich bin auch die dritte und sie ist auf jeden Fall die kommunikativste. Sie ist die explosivste. Sie ist die kreativste. Sie ist wirklich, einfach, um ihr herum zu sprüllen, immer so. Das hat mich manchmal schon herausgefordert. Sie ist sehr Prinzessin orientiert als Kleinkind. Wirklich sehr leidenschaftlich. Sissi war ihr Film sie jeden Tag etwas Neues anlegen. Also, jeden Tag. Pro Tag drei Mal am liebsten. Und so weiter. Und sie ist verheiratet mit Luca. Sie wohnt in Thurn. Vielleicht 500 Meter von uns fort. Als sie frisch geheiratet haben, ist sie unter innen. In EGG wohnt bei uns. Und auch zu ihr immer ein mega tolles Verhältnis. Und dann ist noch die kleinste. Dina ist zwar nicht die kleinste, aber die jüngste. Sie ist 19. Sie wohnt noch daheim und hat einen tollen Freund und sagt immer wieder Geld Daddy, ich muss da lange nicht ausziehen. Und wir lieben es, dass sie noch da ist. Ich habe gelitten, als unsere Kinder ausgezogen sind. Dorine ist als erste ausgezogen, die Kirate und Timo ist dann in den Wege gegangen. Das hat bei mir ein paar Tränen ausgelöst. Ich liebe es, wenn alle um einen Tisch sitzen und wir Familien feiern dürfen. Das ist immer wieder für mir ein riesen Highlight. Und dann wäre das alles nicht geworden, wenn nicht vor 32 Jahren meine Frau und ich geheiratet hatten. Wir sind glücklich verheiratet. Meine Frau ist Susanne. Wir sind in Grosserstädten aufgewachsen. Wir sagen immer, wir haben über einen Miststock geheiratet. Das ist wirklich wahr. Es hat genau einen Miststock zwischen ihrem Quartier und unserem Quartier gehabt. So sind wir schon zusammen im Kindergarten. Bei den Möhnchen oder umgekehrt. Das weiss sie gar genau. weiss es nicht mehr. Aber so sind wir in einer Jugendliebe. Wir sind tief beeindruckt, wie Jesus treu ist zu uns als Ehepaar. Und was er alles hat entwickelt. Wenn du ein Foto siehst, und ich habe das ganz bewusst mitgenommen, dann löst das etwas aus. Ich weiss nicht, was es auslöst. Vielleicht Stress. Vielleicht Neid. Vielleicht Schmerz. Gell, wir haben uns hier ein bisschen Mühe gegeben, dass das Foto gut ist gekommen. Das war der letzte Ostere und wir Family Weekend hatten. Es muss auch nicht mehr lange davor stehen. Ich könnte es dann wieder abschminken. Aber was möchte ich mit dem sagen? Mit dem habe ich nicht nur meine Familie vorstellen, sondern euch die Problematik überbringen, was passiert, wenn wir über Familie reden. Wir haben alle den Ort von Familie erlebt, jeden Mensch, in irgendeiner Form, auch in einer kaputten Form. Wir haben nach Familie gesucht. Vielleicht hast du deine Tronfamilie gefunden, vielleicht ist viele kaputte Geschichten erlebt in deinem Leben. Vielleicht lebst du einen Traum oder würdest für einen Traum leben, aber dein Ehemann oder die Ehemann will den Traum nicht mit dir teilen. Oder vielleicht hättest den Traum gehabt, aber dann ist das passiert, dass ein Kind so und das andere so und so löst es so viel aus. Und ich merke, es gibt auch kaum ein heikeles Thema. Wir sagen in den Kirchen reden wir zu wenig über Sex über Geld. Wie das ein heikeles Thema ist, das tue ich mich noch auf einem anderen Level als das Thema Family ist, finde ich, der hekelste Punkt. weil oft spricht jemand in meinem Leben zu dem was mir wichtig ist, zu meinem Fleisch und Blut. Es gibt nichts, was ich emotionaler empfinde, als wenn es um unser Kind und unsere Family geht. Logisch bin ich vielleicht eine spezielle Sorten, wenn ich einen Familienfilm schaue, und einen Beziehungsmoment kommt, und ich beginne zu heulen. Da hatten wir als Familie Zeit und hatten sie gesagt, die rennen sicher wieder. Sonst hat es irgendwann angefangen. Schon nur Heidi tue ich mich an. Das tut mir weh. Aber Fakt ist, egal wie emotional du bist, vielleicht denkst du, was ist das für einen Memme da vorne. Das ist okay, das darfst du gerne denken. Bin ich vielleicht auch ein Aber der Punkt ist, egal wie du emotional unterwegs bist, Familie bewegt unser Herz. Ich darf einen Mann begleiten, der sagt, bevor wir Kinder bekommen, mein Leben war so schwierig, meine Kinder waren so schwierig, meine Gefühle waren so abgestorben. Ich habe meiner Frau gesagt, ich weiss nicht, ob ich feigt bin, Kinder zu lieben. Ich habe keine Ahnung, ich habe das selber erlebt, hat der Mann mir gesagt. Ich weiss nicht, ob ich jemals Emotionen empfinden für unser Kind. Er sagt, das Wunder ist passiert, als das Kind zuerst in meinen Armen war, hat etwas angefangen, das ich mir nicht für Mögliche gehalten. Darum glaube ich, jeder Mensch erlebt Emotionen im Zusammenhang mit Kindern. Darum ist es für uns ein gewisses Heiligtum, die Kinder und die Familie. Wenn andere in unserer Familie reden wollen, bockt es heim entlang. Dann erlebst du den Bärenmütter, die aufstehen und die Anknurren. Ich glaube wirklich, darum haben wir aufgehört, über Familie zu reden. Dabei Familie, ich komme später darauf zurück, aus Familie aus entwickelt Gott die Menschheit. Er hat nicht mit 130 Leuten angefangen, sondern mit einer Familie. Das ist Gottes Perspektive. Er will Familien brauchen, dass aus Familien etwas entwickelt wird. Und wenn du eine gesunde Entwicklung stoppen willst, dann musst du die Familie stoppen. Und weil es noch gepaart ist, und es noch mit unseren Emotionen zusammenhängt, und weil wir schon immer wieder das Gefühl haben, wir packen, wir machen es falsch, wir sind nicht richtig unterwegs, lassen wir die Thematik aussen vor. Oder wir Männer machen es vielleicht noch anders, wir machen coole Sprüche darüber. Deine Kinder auch sagen, alles geht in Scheisse Ja ja so dieser Style ist auch ein Ausdruck von Überforderung. Nur versuchen wir es einfach zu kaschieren mit Coolheit. Aber Fakt ist, wir alle sitzen im gleichen Boot und haben Kinder bekommen, die uns überfordern. Und erleben aufgrund dieser Überforderung immer wieder ein Gefühl von Verdammnis. Das Gefühl habe ich länger nicht. Ich bin zu wenig. Dann stehst du mit deinen Kindern im Migros in Bäcken und vordrinnen siehst die frisierten Engel in einer Reihen und denkst sie nur meiner. Du versuchst Kinder in das Kinder Programm oder bei deinen Kindern klappt es nicht. In der Schule und so du hörst immer wieder die Geschichten und so viele Eltern sitzen in der Fall vor Verdammnis. Und weil wir das alle erleben reden wir nicht mehr darüber. Oder so oberflächlich. So bei euch auch so ja bei uns zum Glück . Und stecken gegen vorn gegen Wachstum orientieren mit dem Standard befreunden. Und ich möchte heute Abend und darum habe ich mir für diesen Teil Bewusstsein genommen. Ich möchte heute mal sagen, hey, ich glaube, damit wir als Familien gesungen werden dürfen, müssen wir als erstes die Verdammnis ablegen, die unser Leben manchmal so einschränkt. Das Gefühl, ich länger nehme, zu wenig. Ich habe es wieder nicht gepackt. Der andere macht es besser, wenn ich die Gaben hätte. Es gibt den Vers aus Römer 8.1 und es ist kein Verdammnis für dich, wie Jesus Christus sei. Und ich glaube und vertraue, dass Jesus uns heute Abend befreien kann. Auch von der Verdammnis, wo wir das Gefühl haben, ich bin zu wenig, ich kann es nicht, ich bringe es nicht auf den Punkt. Wie manchmal ist mir das gegangen. Wir haben immer am Abend Kinder ins Bett gebetet, wir haben noch mit ihnen gebetet, wir sind eingeschlafen und bevor wir ins Bett sind, sind wir immer noch von Bett zu Bett. Und haben die schlafenden Kinder noch mal gesegnet, die betten für sein Ehepaar. Hey, weil manchmal bin ich an diesen Bettchen runtergeknäuelet und habe mich geschämt für mein Verhalten an diesem Tag. Zumal kam mir zu Sinn, als ich hinter der Zeitung bin, klar, das hockt man heute nicht mehr, aber heute hat man andere Medienmöglichkeiten, als ich hinter der Zeitung bin, wo eine Tochter nachkommt und mir etwas erzählen will. Und ich höre mit einmal zu, obwohl sie mir da von mir im Bett liegt, merke ich gar nicht zugelassen. Was hätte Verdammnis weder nicht gepackt, weder die Aufmerksamkeit nicht gegeben, weder nicht die Wertschätzung gegeben. Und was hast du deinem Sohn gesagt, als er den Nachbarn die Scheiben kaputt gemacht hat? Er sagt Hallo! Was echt? Und du merkst, ach, ich sage nicht, dass du nicht mal sagen darfst. Er sagt Hallo! Aber die Frage ist, in welcher Haltung machst du es? Weil ich mich nicht entschuldigt. Warum? Warum bin ich verrückt worden, als wir heute Morgen hier von Altina über die Hose geschüttet haben? Das ist ja logisch. Dann wird man verrückt. Aber warum habe ich das nicht geklärt? Und so sind immer so stolz auf Verdammnisgefühl. Und einem gefällt es, dass das so ist. Der, was in Offenbarung 12, Vers 10 heisst, das ist der Ankläger, der uns Tag und Nacht anklagt, wie schwach und doof wir sind. Und wenn er das tun kann in Bezug auf Familie, auf unsere Rolle als Vater und Mutter, dann hören wir auf. Und er weiss, weiss, der Ort, wo Gott die Welt hat als höchste Multiplikationsmöglichkeit, ist kaputt. Und darum ist so mein Wunsch, dass Gott uns am Abend noch etwas sagt, bevor man in die praktische Sache geht. Und zwar ein einfacher Satz. Das hat mir mal geholfen, als ich wieder angeklagt habe. Ich bringe es nicht aufdrehen. Ich zeige es wenig. Ich mache es wenig. Oder was auch immer. Ich hatte mal das Gefühl, dass Gott mir in einer solchen Zeit sagt, aber du bist der beste Daddy von deinen Kindern. Und in mir etwas hat es zu rebellieren. Bis ich verstanden habe, dass er gesagt hat, du bist der Einzige. Du stehst nirgends in eine Konkurrenz. Und ich habe dir gewählt, für Vater und Mutter zu sein von deinen Kindern. Dann ist mein Herz zur Ruhe gekommen. Es wurde immer wieder mal angegriffen. Und trotzdem dürfen sagen, ja, ich bin manchmal schwach. Ja, meine Kinder nerven mich manchmal. Ja, sie überfordern mich. Ja, ja, ja. Aber ich bleibe an dem Punkt, wo Gott mich gesetzt hat. Nämlich als der Einzige oder mit oder Best Vater für meine Kinder. Das ist die Ausgangslage. Schaut, wo ich als vor 20 oder 12 Jahren als junger Familienvater darf ich Kirche gründen. In Thun, GBMC heisst sie. Und ich war drauf und dran. Wir hatten grosse Pläne, was wir alles bewegen wollen. Und neben dran ist unsere Familie gewachsen, auf drei, vier Kinder gewachsen. Ich habe mich natürlich mega gefreut, dass Gott uns das Sagen gibt. Ich meine, es ist ein riesiger Geschenk, wenn Gott uns Kinder gibt. Aber in all dem Minnen hat mir mal ein Freund gesagt, der über Gemeindegründung geredet hat, er sagt, ihr seid ja alles nur junge Familien, die die Kirche gründen wollen. Wir weiss, dass mit jungen Familien nicht wirklich Kirche leben kann. Die jungen Familien sind absorbiert mit ihren Kindern. Am Abend können sie nicht fort. Immer ins Theater. Das ist die schlechteste Wahl, mit so Leuten die Gemeinde zu gründen. Und ein kurzer Moment, ich weiss genau noch, ich kann es beschreiben, auf wen 10 Meter erahre, dass er mir das gesagt hat, habe ich gedacht, oh Mist, das stimmt, das habe ich mir nicht überlegt. Aber zum Glück hat es kurz vorher ein Erlebnis gegeben, mein Leben auf den Kopf getreut. Ich war Pastoralassistent in herkömmlichen Programmgemeins, nicht respektierlich, sondern mehr Art. Wir haben sehr viel performt. Und ich war dort Assistent in einer Arbeit geschrieben, eine sogenannte Ordinationsarbeit. Und ich war auf der Überholspur in meiner christlichen Karriere, wenn ich das mal so sagen darf. sagen. Böne name sich auf auf tue. Bekannt hat es gerade gestiegen. Was durch christliche Szene ist, manchmal wie im Showbusiness. Und genau so bin ich innerlich in meinem Kopf unterwegs. Meine Familie war natürlich wichtig. war das ein wichtiger Teil. Ich will ein guter Familienvater sein, ein guter Ehemann sein. Und er will mir auch etwas zeigen, dass wir als Familie wirklich Jesus nachjagen. Aber oft war meine Familie nur Mittel zum Zweck. Aber mein Leben, der Kern meines Leben hat in meiner Erfüllung von Träumen stattgefunden. Natürlich hatte ich eine Leidenschaft und eine Liebe zur Familie, aber das war manchmal einfach mühsam. Und dann kam der Moment, wo meine Ordination abgelehnt wurde. Aus dem Nicht heraus. Wir dann begründet später, man gemerkt hat, ich nicht so hirtlich und nicht so lehrermäßig unterwegs bin, sondern mehr apostolisch denke. Und in dieser Denomination war es klar, dass sie nur Lehrer und Hirte ordinieren. Und von einem Moment auf den anderen, ohne Ankündigung, war die sogenannte Pseudokarriere in Luft aufgelöst. Und ich weiss noch, an dem Abend auf dem Spannteppich im Kinderzimmer bin ich knäulert gehockt und habe unseren Kindern erzählt, ihrem Daddy, sie jetzt gerade abgelehnt worden. Natürlich ist die Ablehnung differenziert daherkann. Ich habe nur eins gehört. Du bist ein Pfeife. Die kann man nicht brauchen. Das war das. Es wurde nicht so kommuniziert, aber so habe ich es gehört. Und so ist es für mich wie ein Seifenblatter ausgeplatzt. Aber auf das Mal habe ich gemerkt, du sitzt in einem Kinderzimmer. Das sind drei Kinder, die sich sehnen nach einem Vater und denen gleich ist, ob du ordiniert bist oder nicht ordiniert bist. Das ist denen gleich, was du für eine Ausbildung hast. Sie sehnen sich, von dir zu lernen, mit dem Jesus unterwegs zu sind, egal wie viel Abschluss du im Hosen sackst und egal wie viel du weißt aus deiner Bibel, was du noch nicht weißt. Das sind Kinder, die Sehnsucht hätten. Und du bist jetzt gerade in Gefahr gewesen, neben den Kindern vorbei, irgendwelche wilde, fromme Sachen aufzuziehen. Und dann auf dem traurigen Spannteppich, das hat man noch nicht gewusst, was mit dem Spannteppich alles drin ist, das weiss man heutzutage. Auf dem traurigen Spannteppich eines Kinderzimmers sind die grossen Tränen in dem Teppich rein gefallen, die ich mit höchster Leidenschaft den Kindern etwas versprochen habe. Er hat gesagt, wenn ich nie mehr auf irgendeiner Bühne stehe, das ist sowieso nicht mein Leben. Eins möchte ich, ich möchte mein Leben euch verschenken. Ich möchte, dass ihr Jesus Nachfolger werdet, der leidenschaftlich mit dem Jesus geht. Wenn ich sonst nichts bewegen kann auf dieser Welt, und Gott mir aber Gnade gibt, dass dir Multiplikatoren werden von dem Jesus, meine Frau und ich ins Herz tragen, dann sagte ich, das ist genug, aber das will ich und für das gebe ich alles. Später ist noch das Viertes dazu gekommen und der Traum ist geblieben. Und der Change in meinem Herz und meinem Kopf, auf dem Spannteppich im Kinderzimmer hat dazu geführt, dass man auf dem Weg erahre, was der Ander sagt, mit jungen Familien eine Kirche zu gründen. Also sorry, das geht gar nicht. Du brauchst junge Singles, die Gas geben. Und in meinem Herz habe ich den Sound vom Himmel gehört, er hat nicht recht. Vielleicht können wir nicht diese Art Kirche bauen, wo man vielleicht davon ausgeht, wie man sie können bauen. Aber wenn Kirche nicht zu Hause anfängt, dann kannst es vergessen. Und ein zweites Moment, der für mich sehr eindrücklich war, ich wurde dann unterwegs eingeladen worden von einem nationalen Teenager Camp, wo Teenager und Jugend- und Kinderleiter waren. Da sie gefragt hat, komm, du das machen und motivieren. Kinder Jugendarbeit machen. Und ich weiss noch, wie ich auf die Autobahn gefahren mit unserem Fiat Uno, Ludwina More, das war ein richtig Scheisse. Ich bin dort auf die Autobahn gefahren auf der Svite, glaube man zu Önsing aussen, das war für mich eine Weltreise mit dem Fiat Uno. Und in der Autobahn fahre ich weiss genau, was war. Und dann sage ich so, Jesus, wir haben ja Sachen vorbereitet, aber gibt es noch spezifisch etwas für heute Abend, wo du willst reden? Und in dem Moment, wo ich das frage, gehöre ich diesen Satz, gehe zu ihnen, zu den Mitarbeitern, und sage ihnen, diesen Satz auf dem Screen, und sage ihnen, sie sollen die Eltern nicht mehr länger entmündigen. Ich bin nicht nachgekommen. Was? Was muss ich sagen? Ich komme nicht nach. Während dem, dass ich nicht auf den Sönsing raus bin, gekesselt, hat es gemotoren, in meinem Kopf alle Leute, als Bruno überhaupt Lärm machen. Ihr fragt, was heisst das? Also jetzt habe ich erstens mal, die erste Lektion war, ich fokussiere mich auf meine Familie und alles andere kommt aus dem. Das ist mein erst Ort. Jetzt soll ich den Kindermitarbeitern, die so motiviert unterwegs sind, mein Job war, denen zu sagen, was sie gut machen, dass sie es noch besser machen, soll ich denen sagen, sie sollen die Eltern nicht mehr länger entmündigen. Ich habe den Satz irgendwie gesagt und eine Verwirrung ausgelöst, aber ich bin selber nicht nachgekommen. Ich bin zurückgefahren auf Thun und während dem zurückfahren dämmern es mir. Vorher haben wir die Kirche gestartet und im ersten Sommer des Kirchestart haben wir ein Camp gemacht mit Kindern. Ich liebe es. Während Corona-Zeit habe ich Kindergeschichten aufgenommen. Ich konnte fast nichts aufhören. Ich liebe es, Kindergeschichten zu erzählen. Das finde ich so etwas Fantastisches. Da kann richtig kreativ sein. Aber Fakt ist, ich habe so ein Kindercamp gemacht und das ist so etwas von abgegangen in dem Kindercamp. Das waren Kinder, die am ersten Tag kamen. Die meisten waren in einem Christlichen Background zu Hause. Sie haben am ersten Tag Durchbruch erlebt, ihr Leben radikal Jesus gegeben, ihr Leben aufgeraumt Sünden bekennen, wie der Heilige Geist auf ihr Leben kam. Zum Teil in die neue Dimensionen auf prophetische Sachen sahen, das ist abgegangen. Wir sind mit denen in die Spital zu tun, in die Obst um, Jüdendorf für die Kranken betten, sie von Zimmer zu Zimmer gegangen. Das war die Granatenwoche. Wir sind auf den schwarzen Necklichen gefahren, in einer Schlotterhütte. Die Gewörscher sind ab wie Zäpfle. Einmal bin ich am Abend, als wir noch das Kaffee trunken als Team, bin am Abend in einem Zimmer vorbei und höre ich die immer noch ausrufen. Und dann höre ich, dass die beten sein. Irgendwann ab am Elf. Und ich höre, wie sie beten, sagen, Jesus, wir die ganze Nacht beten, das habe ich gehört. Und schenke, die Leute mithelfen. Ich dachte, okay, entweder gehst du rein, dann wirst die ganze Nacht beten, oder gehst wieder Kaffee saufen. Aber Fakt ist, es war so stark. Und dann weiss ich noch, an dem Samstag, wo wir zurückgekommen, die erfüllten Kinder. Die Kinder sind im Alter von 30, von den drei dabei gewesen. So gefüllt. Und dann steht ein kleiner Knopf vor mir, der am ersten Tag so ein heisses Erlebnis mit Heilig Gäste gemacht, dass ihn wirklich fast umgeblaset und wirklich hat angefangen zu singen zu beten. Für ihn ist eine neue Welt aufgegangen und er steht vor seinem Vater und schaut seinen Vater an. Wir begeisterten Augen und gesagt, Daddy, wir haben die ganze Nacht gebetet und ich bete im Fall in die Zunge und der Vater hat ihn angeschaut. So wie von wo kommst du Mia mit einem hilflosen Blick. Der Vater ist mit Jesus unterwegs gewesen. Toller Typ, keine Frage. Aber das Erlebnis, was sie gemacht hat, hat ihn gigantisch überfordert. Ja, die Kinder zurückgehen, die Familie, hey, habt es gut. Und irgendwann ich innerlich gewusst, das wird einen Steilflug geben, und dann werden die zurück in die Familie kommen, und dort glauben sie doch hat den gleichen Jesus wie der Kuno im Camp. Aber er ist ganz anders, der Jesus. Das Leben mit dem Jesus ist für Krankheit, beten, prophetisch, Bilder, oder was immer, zusammen Bibel lesen. Kein oder ein kleines Thema. Und ich den gill angeschaut, beobachtet und bin ab und abholen, bewusst für mich in einem Handball-Match. Ich habe gemerkt, so steil das ist, so steil ist er runtergekommen. Aber ich wusste, nächstes Sommer machen wir jetzt das Camp, dann geht sie dir ab. und jetzt kommt der Satz. Sag denen, sie sollen die Eltern nicht entmündigen. Die haben jetzt schon kam, ey. Um zurückzufahren von Onsingen in diesem Fiat Uno habe ich jetzt zwei wichtige Entscheidungen getroffen. Sie sagen, ich höre auf. Ich höre auf, länger die Kinder aus der Familie zu nehmen, um meine Gaben herumzubinden, um Familie und sie damit zu entmündigen. Ich bin zurückgekommen, habe in den nächsten Tagen das Lagerhaus abgesagt, der Familie einen Brief geschrieben, es findet kein Lager mehr statt, und in nächster Zeit findet nie mehr ein Lager statt. Mädchen hatten, die verrückt sind worden, und aus der Gemeindegründung sind auszutreten. Ich weiss noch, ein guter Mann, als ich heute noch Kontakt habe, hat mir gesagt, ich bin Geschäftsführer, ich arbeite 60 bis 70 Stunden, und du willst ein System einrichten, das du mich in die Pflicht nehmen, meiner Kinder, nicht nur zu erziehen, dass sie recht essen können, sondern verpflichtet, dass sie ihnen den Jesus weitergeben. Vergiss es, keine Ressourcen, für das habe ich eine Idee, und für etwas zahle ich auch der Zähne. Unsere Beziehung hat gehalten, wir sind nicht zu stritten, aber unser Weg ist er trennt, weil ich wusste, ich habe nicht mehr zurück, ich habe gesagt, hey, geh den Weg, aber lass mich meinen Weg gehen. Was habe ich als nächstes gemacht? Als nächstes habe ich ein Vater-Kinder-Wochenende eingeführt, gehitzt auch die Weekende. Ich beschreibe das in meinem Buch, bin ich zumal die Väter gerufen, es sind wenige noch gewesen, zumal sind vielleicht zehn Väter gekommen, mit Kindern. Und da möchte ich noch einen kurzen Lehrteil hineinschieben. Wenn wir überfordert sind, dann machen wir immer das Gleiche. Wir fliehen. Wir fliehen von dem, speziell wir Männer, weil wir wissen nicht, wie zu handeln. Frauen reden dann, wenn sie überfordert sind und Männer schwiegen. Das ist vielleicht klassisch, es gibt schon noch Nuancen. Wir Männer schwiegen, bis wir eine Lösung finden, wenn wir sie nicht finden, bleiben wir bei uns ruhigen Frauen entgegen, versuchen zu kommunizieren. Jetzt kommen Kinder in dein Leben, wie es im Psalm 127 Vers 3 heisst, die Kinder sind ein Geschenk vom Himmel und überfordern dich. Schon mal grundsätzlich. Du hast noch nie ein Kind gehabt vor er. Vielleicht hast du noch ein Kürzel gemacht, wenn wir es wicklen oder was, aber ist das erste Mal von dir, das ist dein eigenes du musst irgendwie wie die Gäste sitzen. Das überfordert die Mächtung. Und das Verrückte ist, dass die Überforderung ja nicht nur in dem Bereich ist, sondern dass Gottes Reich aufgebaut ist, dass er uns nicht erst dann Verantwortung gibt, wenn wir irgendeine Verantwortung bestätigen mit einer Prüfung bestätigen so wie sie in dieser Gesellschaft ist. Wir bekommen Verantwortung über wenn wir etwas gewissen haben. Gott macht es umgekehrt und das verwirrt uns. Er gibt uns Verantwortung weil er uns dazu beruft. das bei jeder Frau in jedem Mann in Bibel war. Die Verantwortung dazu habe ich noch Vorliegen die Verantwortung die Gott uns gibt ist nicht bindet er nicht an unsere Fähigkeit sondern unsere Berufung für das was er berufen hat. Jetzt wissen wir Gott hat uns berufen die Eltern von den Kindern die er in das Leben reinleitet jetzt sind wir aber im System drin ich kann es nicht ist logisch auch noch nie ein Kurs gemacht und es gibt doch keine Kurs wo man lernen also fliehen wir oder reden viel darüber und fühlen uns machtlos aber Gott hat ganz bewusst das so gemacht Überforderung ist nicht eine Katastrophe im Reich Gottes sondern ein Durzustand wir überfordern fast alles was Jesus mir sagt was er durch mich tun und solange wir nicht in Überforderung erleben bin ich gar nicht sicher ob wir im Reich Gottes unterwegs sind immer überfordernd aber warum macht er das ich glaube Gott sehnt sich dass wir in unserer Überforderung nicht fliehen und nicht nur darüber reden sondern zu ihm kommen das ist der Schlüssel wie kann Gott uns Menschen an sich binden was die Ausgangslage ist vor allem Leben wenn wir nicht in Überforderung zu ihm gehen jetzt habe ich die Väter vor mir die Väter die alle Väter wurden im Wissen Gott hat mir dazu berufen 127 3 wenn ich vorhin gesagt sie Kinder sind eine Gabe des Ernst und Lebensfrucht ist ein Geschenk sie angenommen wow das Geschenk jetzt habe ich eine Berufung ich berufe den Vater zu sein von dem Kind berufe die Mutter zu sein dem Kind aber das überfordert mich und jetzt stehen wir dort mit den Mann und auch wieder in der gleichen Hütte die schwarze Neck oben und ich sage dort am ersten Wochenende hey Mann ja so denke dass wir jeder vielleicht 20 Minuten still Zeit machen mit unseren Kindern wichtig ist einfach dass keiner vor 20 Minuten sein Kind raus lassen wenn eins fährt rum oder ist es geschehen ist so ist der Deal das wäre der Text und jetzt wünsche ich euch eine mega starke Zeit und dann war ruhig und dachte gibt es noch Fragen und dann schaut mich einer an der mutigste vom Club und sagt Kuno spinnst jetzt das ist schon eine Gefahr dass der Fall sein oder der Zustand bei mir immer wieder eintreffen aber in dem Kontext konnte ich nicht ganz verstehen was das Problem ist und er sagt das so ehrlich sagt er Kuno 20 Minuten stille Zeit ist für mich persönlich eine Überforderung und schickst du mir noch meine zwei Kinder mit mir vergiss es ich weiss nicht wie ich es her bringen und erschreckender weiss habe ich ganz mänges nicht gesehen und Leute die ehrlichkeit der Überforderung in die Augen zu schauen zu sagen es ist so ist einer von den Schlüsselmomenten gewesen wie wir Kirche bauen es war der Moment wo wir nicht mehr spielen es war der Moment wo wir zusammen zu Jesus gegangen und gesagt wenn wir den Kindermitarbeiter sagen hey besser gut entmündigen uns nicht sondern wir möchten die Verantwortung selber tragen und wir merken wir können es aber nicht tragen dann müssen wir zu Jesus gehen und sagen Jesus wir sprechen von dir aber richtig viel und so sind wir auf einen Weg gegangen mit unseren Kindern und wüsst ihr in dieser Phase ist mal eine Mutter zu mir und gesagt hey kuno wir danken dass du so begeistern kannst Kindergeschichten erzählen es hat einfach einen Nachteil unser Kind die drei Gielen gehabt wie der Vater die Bibel führernimmt und die Gielen kommen mal um die Kirche möchte Geschichte erzählen dann sie anfangen und sagen oh nein ist viel spannender und sie wollte mit dem danken aber eigentlich hat sie mir einen riesen Klapp vom Toren geholt weil gewusst hey das ist übel falsch jetzt baue ich irgend etwas Falsches ich entmündige die Väter und dann die Weekend hat etwas gekippt und hat gesagt ich bin da für euch zu helfen ich kann so nicht ich gehe auch ich brauche seine Gnade tagtäglich aber ich lasse ehrlich miteinander unterwegs und nicht nur ehrlich im Sinne wir können es auch nicht sondern wir haben einen Wunsch wir haben einen Wunsch wir haben gesehen dass in der Familie Jesus gross wird wir haben aufhören wirken das geistliche Leben zu outsourcen jede Firma die heute nicht funktioniert da werden die Teilen Fabrik durch gescannet oder die Abteilung und wir sofort zur Kenntnis kommen welche Abteilung funktioniert nicht welche Gewinn bringt was macht man mit denen man outsourcen an einen Ort wo sie feiger sind im moment ist die wenig Autoindustrie in der Schweiz ein riesen outsourcing auf Rumänien auf Moldawien weil sie günstiger produzieren und genau dasselbe haben wir gemacht in den Familien das geistliche Leben outsourced wir haben eine super church und super Kinder mit erbeten braucht es unbedingt ich will diesen Job nicht abschaffen aber es braucht es aber was Kinder voraum brauchen sind Eltern kürzlich war ich mit meinem Sohn in einer Jüngerschaftsgruppe und das gibt es nichts zur Darstellung aber mein Sohn sagte das ist für mich wie ein Mund vom Himmel ich sagte ich habe meinen Vater am Morgen nie antroffen ich muss anders sagen wenn ich aufgestanden zu der Zeit in der mein Vater noch da war er immer vor offenen Bibel geschlossen das hat mich reizig gemerkt wenn mein Vater das braucht und ich nach zu meinem Vater habe gewusst das brauche ich gehen und schaut wir wissen dass Väter in geistlicher Entwicklung einen viel grösseren Einfluss haben als Mütter das heißt nicht dass Mütter nicht Einfluss haben ganz ganz wichtigen Einfluss aber in geistlicher Entwicklung achten Kinder offensichtlich statistisch bewiesen ganz stark was machen Väter und ich hatte Unterweisungskind Achtel Nünteler und dann ich frage wie lebt ihr geistliches Leben zuhause und einer erzählt mir und sagt wir leben keines das ist ja nicht möglich dein Vater hat ja öffentliche dienst Kirche ja das geht gar nicht also wie betet er nein wir beten nicht ja wir messen aber sonst nicht ja mein Vater noch nie gehört beten ausser am Sonntagmorgen das gibt es doch nicht reihenweise Teenager sind vom Globe abgebrochen weil das was geschwaffelt wurde nicht gelebt wurde hey meiner Kinder die kennen jede Facette vom Leben die wissen wie ich verschlafen ausgesehen ungeschält Mundgeruch oder was so immer die kennen mein Leben besser als der nächste Freund und einerseits ist das beängstigend und andererseits ist die grösste Chance darum sage ich Familie ist die grösste Herausforderung und gleichzeitig ein fruchtbares Boden wo Sachen entwickelt werden wenn Kinder es sehen wenn Kinder es beobachten und wisst ihr was ich weiss nicht ob es heute noch so ist vor zehn Jahren hat es mal Statistik gehabt dass mehr gläubige Kinder vom Glauben abfallen als neue Menschen gewonnen werden für Jesus das ist eine Katastrophe und ich glaube es fängt nicht an weil Kinder mit arbeit zu wenig Bewegungs Lieder gesungen haben Sonntag oder der Raum was daheim gelebt ist worden schon Jeremias Gott hat gesagt was im Land soll leuchten muss daheim anfangen und wir sagten wir sind alle unterschiedlich wir müssen uns nicht bemessen der Geistlichkeit der Angel ist geistlicher als du bist nicht aufgrund dem was du machst sondern aufgrund dem Jesus der ist aber wenn Jesus Raum hat trotz unserer Schwachheit durch die durch zu leuchten dann kann es eine Bombe Sache geben in einer Familie die wirklich Multiplikation vorbringt aber wir hören auf die Verantwortung zu outsourcen weil outsourcing ja drei Punkte mit gebracht was outsourcing bringt der beste Ort von Multiplikation wird damit gekillt es gibt ein dualistisches Glaubensleben Dualismus heisst für mich du lebst in zwei Welten ich sehe ganz ganz viele Kinder Teenager die einem dualistischen Glauben aufgewachsen Meine Generation hatte den Dualismus sehr stark in den 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 Nicht erst. Hey, sag dir, der Schuss geht hinten raus. Ich glaube, es wäre manchmal gesünder, etwas weniger fromm zu markieren oder für unsere Frauen zu ehren, zu lieben, zu achten, zu feiern. Mit unseren Kindern zu überlegen, wie können wir unsere Mutti, wie können wir ihnen, anstatt in die Mozzarei am Mittagstisch noch einzustiegen. Und ich glaube wirklich, dass Gott in die Familie etwas geleitet hat, nämlich, dass dualistische aufgehoben wird. Ich bin, wer ich bin, meiner Kinder. Wenn meine Kinder gefragt haben, kann die Täti auch mal verrückt werden? Es gibt Leute, die glauben, ich könne nicht verrückt werden. Ich meine, hey, die fragen unsere Kinder, die sagen, oh ja, aber sehr. Ich kann wirklich verrückt werden. Es kann mich potzessig machen, Sachen. Zu Recht oder zu Unrecht? Aber sie haben nicht nur einen Vater erlebt, der verrückt werden kann, sondern hoffentlich, und das wäre mein Wunsch, einen Vater erlebt, der sich entschuldigen kann. Ich sage, es war nicht richtig. Und darum, ich glaube in der Familie, wenn das auch gesorgt wird, haben wir dualistische Systeme. Wir haben Kinder, die an zwei verschiedenen Orten wachsen, die wissen, wie sich die Jungs schon verhalten müssen. Und das dritte ist, wir selber, als Verantwortungsträger, verlieren Autorität. Der Schrei in unserem Land ist gross. Was? Seien geistliche Väter und geistliche Mütter. Die werden nicht geboren auf den Bühnen oder in Diensten. Die werden geboren zu Hause. Die werden geboren in dem, dass du deine Schmerzen oder Schmerzen mit deinen Kindern durchkämpfst und anstatt ihnen von ihnen flüchtest. Die werden geboren in dem, dass du die blöden Fragen von deinen Kindern dann stellst, anstatt ihnen zu delegieren. Du wirst dort geboren, wo du trotz Unlust mit deinen Kindern dein Leben teilst. Dort fängt es an. Darum glaube ich. Darum ist die Thematik so entscheidend, dass wir wirklich in der Familie in der Gottesperspektive leben. Im 1. Mose 1, 26 ist der Grundsatz, wo Gott gesagt hat, lasst uns Menschen machen. Er merkt es auch. Als er den Menschen gemacht hat, hat er die Grundfamilie vor sich. Er ist Gott Vater, Gott Sohn und der Heilige Geist. Sie sind wie Grundfamilie. Und sie haben zueinander in ihrem Erzsatz gesagt, lasst uns Menschen machen nach unseren Bildern ähnlich. Also die erste himmlische Familie hat eine Familie gegründet. Adam und Eva. Zwei Personen. Nicht 530. Zwei. Nach der Sintflut hat es eine Familie gegeben. Und nicht 10. Wenn Gott im 1. Mose 12 hat das Volk Israel gegründet, hat er nicht einfach 3000 zusammengepfiffen. Sie sind coole Typen. Mit euch werden wir das machen. Er hat eine Familie. Zwei Personen aus der Welt. Abraham und Sarah. Jesus ist nicht einfach in eine kleine hinein geboren worden, sondern in eine Familie. Und so sehen wir immer wieder, Familie ist der Ausgangspunkt. Und darum so umkämpft. Darum scheisse ich manchmal so an. Darum geht er denen, wer das Bläh runter will, weil es manchmal um Familie geht. Und genau dort müssen wir hin. Wo wir ehrlich sind. Wo wir zusammen sagen, Jesus ist eigentlich unsere Gnade. Noch ein Beispiel. Und dann gehen wir jetzt praktisch rein. Hiskia. Hiskia ist einer der grössten Könige. Heisst er in der Chronik 2. Könige 20. ist die Geschichte, die der Hiskia, der hat gigantisches wiederhergestellt in seinem Land. Passafeste eingeführt. Tempel darauf gerichtet. Nicht den Tempel aufgerichtet, aber rausgerümpelt. Und so weiter. Ganz, ganz, ganz vieles. Starkes bewegt. Und am Schluss macht er einen Fehler. Das geht jetzt nicht ein. Und dann kommt Gott. Und die Frage war, dass eine Strafe wird, Erfolg aufgrund von seinem Fallverhalten. Und seine einzige Sorge war. Wenn das nur nicht eintrifft, bevor ich gestorben war. Was hat dieser Mann für eine Sicht für die nächste Generation? Gar keine. Er hat ganz viel Gutes bewegt. Extrem viel Gutes bewegt. Das ist für mich ein Vorbild. Ich predige gerne über Hiskia. Aber in diesem Punkt siehst du, die Familie hatte offensichtlich nicht eine hohe Prioritätsstellung. Der Hiskia stirbt. Sein Sohn wird König. Manasse. Die grösste Katastrophe. Ein katastrophaler König hat es vorher kennengelernt. Und er hat auch kennengelernt. Sein Vater hat aufgebaut, gleich in den Rachen geschrissen. Er hat Götze geopfert. Er hat das ganze Land verfeuert. Es war wirklich eine Katastrophe. Und ich lese die Geschichte und denke, würde uns die Geschichte nicht etwas lernen, dass wir vielleicht den ersten Ort von Investitionen und die Familie wählen. Alles andere darf daraus entstehen. Mega schön, wie grossartige Aufbrüche passieren darf durch Menschen. Aber der Hiskia hat offensichtlich seinen ersten Ort zu wenig geachtet. Und alles ist ihm um die Ohren geflogen. Und darum finde ich es sehr spannend. Im 1. Timotheus 3, Vers 4 auf 5 heisst, wenn es um die Leidenschaft geht, in der Gemeinde, er muss sich in vorbildlicher Weise um seine Familie kümmern. Um seine Kinder und zum Gehorsam erziehen und dazu anhalten, ein glaubwürdiges Leben zu führen. Oder kann jemand für die Gemeinde Gottes sorgen, wenn er nicht einmal imstande ist, sich um die eigene Familie zu kümmern, mit anderen Worten. Paul sagt, hey, jetzt fährt der Familie an. Der Mord, der mühsam ist. Aber auch der fruchtbarste Ort ist. Der letzte Vers im Alten Testament für mich ist das wie ein Schlüssel im Neuen Testament. Malachi 3, Vers 24. Wo Gott sagt, in den letzten Tagen werde ich ein Wunder tun. Und ich glaube, wir stehen an den spannenden Tagen, an den Gott es macht. Der soll das Herz der Väter bekehren zu den Kindern und das Herz der Kinder zu ihren Vätern. Auf das ich nicht komme und das Erdreich mit dem Bann schlage. Gott hat gesagt, wenn Familien sich wieder finden, ist das ein Schutz und ein Segen für eine ganze Nation. Aber es hat für mich persönlich ein Leben bedeutet. Für mich ich habe gemerkt, alles, was in meinem Leben Priorität hat, muss meine Agenda sichtbar sein. Sonst lüge ich mich selber an. Eine Familie, die geistliche Entwicklung und nicht nur die geistliche, sondern einfach die Gesamtentwicklung von unseren Kindern, prioritärisch. Da muss ich einen Grund zu leben. Eine Family First. Und der Family First Grundsatz ist nicht einfach irgendwie ein netter Slogan, sondern das muss irgendwann in meinem Wochenplan gesehen werden. Ich habe viel gearbeitet. Ich habe mir nicht die Kirche aufgebaut. Ich habe viel, viele, viele, viele Stunden investiert. Aber eines ist in all dem immer entscheidend gewesen. Family First. Als erstes haben wir versucht, Qualitätszeiten mit unseren Kindern fix einzuplanen. Ich kann nicht nur ein Vater sein, der zwischen den Bibeln lehrt, sondern ein Vater, der Interesse in ihrem Leben hat. Ich habe gewusst, ich habe vermisst, das war ein Indiz gewesen. Ich habe auch gesagt, ich will immer die Lehrpersonen, die unseren Kindern in die Schule gehen, will sie persönlich kennen. Die nehmen wir mal auf unseren Tisch und wollen ihr einfach danken für das, was sie tun, mit ihren persönlichen Kontakt pflegen. Ich will immer wissen, nach wem unsere Kinder sitzen und die Kinder kennen. Es ist so weit gegangen, dass ich nachher bin Schulkommissionspräsident geworden in unserem Dorf. Aber dann ist es dann etwas einfacher gegangen. Aber das ist nicht der Punkt. Der Ausgangspunkt war dieser. Ich will Teil von ihrem Leben. Und so haben wir Qualitätszeit angefangen. Wir haben gesagt, pro Woche ist immer ein Kind dran, der so eine Qualitätszeit hat. Entweder mit der Mutti oder mit dem Daddy. Und weil tendenziell meine Frau mehr zuhaimisch war als ich, haben sie sehr viel den Halt mir heraus gelesen und haben sie gefeiert. Und in dieser Zeit ist es nicht darum gegangen, wenn Jesus mit seinen Jüngern schon unterwegs ist, hat ihnen nicht nur permanent geistliche Wahrheiten vermittelt, sondern er hat Leben geteilt. Leben und Lehr sind zusammengekommen. Und das ist der Inbegriff von Jüngerschaft. Das hat Jesus so extrem modelliert. Er hat nicht nur gelehrt, sondern sein Leben ihnen verschenkt, ihnen Zeit gegeben. Er hat zum Beispiel gesagt, einmal im Jahr, zwei Wochen gehen wir nur als Familien fort. Und dann kommt keine andere Familie mit. Sonst kannst du nämlich am Morgen die Kinder eingereben und um Abend sie wieder reinnehmen. Und was hast du als Familie? Gar nichts. Das hat auch seine Berechtigung. Wir gehen jetzt mit 57 Familien in die Ferien. Nach Sardinien. Das ist auch gut. Das Faktor. Aber zwei Wochen gehen wir alleine. Wir sind gleich, weil es nur ein Alpötchen ist. Mit kaltem Wasser das spielt keine Rolle. Wir wollen Family sein. Das ist nicht immer gefeiert worden. Im Vorfeld. Nein. Aber ich habe gemerkt, wir haben ihnen wirklich ein Herz geschenkt. Wir haben gesagt, wir haben Familie attraktiv gestalten. Wir haben ein kleines Budget gehabt. Was attraktiv gestalten bedeutet, ist nicht eine Frage von Budget. Es ist eine Frage von Leidenschaft. Ich weiss an dem Abend, wo wir gesagt haben, heute haben wir den höchsten Besuch. Ich sage nicht, wenn ihr wüsst, wer kommt, der würde durchdrehen. Heute haben wir Promises bei uns. Vier Promises. Ihr könnt leider nicht dabei sein, aber ihr könnt helfen. Und vielleicht könnt ihr ein Selfie machen mitnehmen. Obwohl das dann noch nicht so trendy war. Aber der Fakt ist, und wir haben Gas gegeben für die vier Promises. Wer sind die vier Promises? Eine vier Stunde bevor die Promises kamen, haben wir es eingenommen und gesagt, jetzt tun wir das Rät zur Lüfte. Dir sind unsere Promises. Das ist eine kleine Geschichte. Aber es hat eine Wertschätzung vermittelt. Wir haben gemerkt, unsere Eltern finden das Zusammenleben mit uns nicht einfach nur Ärzte, weil wir manchmal wirklich Nerfensaginnen sind. Sondern sie feiern es. Wir haben immer wieder von Überraschungen gesprochen. Ah, es gibt eine Überraschung. Dann hat es vielleicht manchmal eine schlechte Längel gegeben. Das hat gelangt. Aber das Leben war spannend. Wir haben uns voraus Gedanken gemacht. Was könnten wir machen? Nicht einfach in die Tage geplant, was machen wir? So eine Familie. Hey, heute habe ich Zeit. Heute habe ich vier Stunden Zeit bei meinen Kindern. Ich kann mir das nicht erlauben, einfach nur die Formel 1-Rennen zu schauen. Einfach, hey, die vier Stunden, die müssen qualitativ hochständig sein. Klar, weil das vielleicht Schweine ist, dass alle Kinder in die Formel 1-Rennen gerne schauen würden. Okay, dann... Gut, aber... Es ist ja sowieso ein nügege Formel 1-Rennen. Aber verstehst du, nicht einfach reinplampen, sondern... Wir haben gesehen, wir wollen nicht reagieren, sondern agieren. Hey, das ist das Wichtigste. Das ist dieser Ort. Und wir haben eine kurze Zeit Möglichkeit. Wir haben, ich sage jetzt mal, 15 Mal die Möglichkeit mit unseren Kindern, zwei Wochen pro Jahr in die Ferien zu gehen, dann ist es vorbei. Ich trauere manchmal, in den kommenden Ferien, wo wir jetzt gehen, während zwei bei diesem riesen Camp dabei sind. Hey, ich freue mich in meinen Wohren. Aber... Es ist manchmal eine Schmerz. Jetzt kommen sie nichts mit. Ja, das hört auf. Du hast eine abgrenzte Zeit. Und die Qualitätszeiten, haben wir immer gesagt, das ist die Stunde. Wir sind Stündler. So die Stunden, und dann haben sie nicht gewählt, was machen wir. Und... Ja... Was habe ich alles gemacht? Ich gehe Barbie schauen. Das hat mich hochinteressiert. Einmal hatte ich diese dumme Idee, die gesagt hat, ich habe gesehen, wir sind Schweiz, und dann ist Jennifer Angerber, ich glaube so Luzerner, oder nicht? Kennt ihr die nicht? Hättet ihr ihn kennen? Hey, hallo? Wir haben aber Miss Schweiz, äh... Miss Schweiz Quiz gemacht mit uns, also nicht wegen mir, wegen unseren Weitschen. Genau. Darum Jennifer Angerber, bei der habe ich ein Video bestellt, für unsere dritte, die war so Fan von dieser. Auf jeden Fall ist sie gekommen, auf Dune. Und ich habe gesagt, hey Flavia, wollen wir die Autogrammstunde mit dir? Ja! Unsere Stunde! Und dann hat sie, so geil, erbarmen, hat sie gesagt, die kleinere davon noch mitkommen. Und jetzt stehen wir in der Reihe, zu der, Jennifer Angerber, in der Apotheke, und ich schaue um, und dachte, Scheisse, wieder einzig männlich da hinten. Und ich habe beim Abfahrer ihnen noch gesagt, soll ich das Foto machen von dir und ihr? Ja! Und dann dachte ich, nein, wie peinlich ist das denn da? Aber irgendwie haben wir es durchgezogen und irgendwie haben wir uns überlebt. Und eben schlussendlich hat sie sogar bei der Hochzeit von unserer Tochter sogar ein Video aufgenommen, ihr alles Gute gewünscht. Okay! Anyway! Aber Fakt ist, hey, Qualitätszeiten schenken. Wir haben mal mit unseren Kindern, wir haben viele so Kinder, Elternseminare gemacht, die wir mal nach all diesen Jahren gesagt haben, hey, schau mal her, jetzt müssen wir mal auswerten, was ist das Beste gewesen von eurer Kindheit? Und jetzt habe ich gedacht, jetzt sagen die, oh, Daddy, wenn du einfach Geschichten erzählt hast, oh, oder wenn wir einfach... Nein! Weisst du, was sie gesagt haben? Erstens, das Beste war, dass ihr uns ernst genommen habt und eure Zeit mit uns geteilt haben. Ihr habt uns Aufmerksamkeit geschenkt. Ihr habt uns euer Herz geteilt und euer Glauben damit geteilt. Es hat keine einzige Gabe aufzelt. Nicht! Es hat nur die Entscheidung aufzelt, was es braucht, zu sagen, ich gebe mein Leben in diesem Ort, wo ich glaube. Es ist ein Ort von Multiplikation. Und in diesem Sinne haben wir versucht, logisch auch den Jesus zu vermitteln. Ich meine, das ist das Liebste, das wir haben. Logisch haben wir als Familienformen gesucht, wie wir zusammen beten können. Ich meine, mit Kindern beten kannst du nicht... Ich meine, komm, hast du die Augen zu, sie sind schon fertig, oder? Und das geht rucki zucki. Und du denkst, das war jetzt aber sehr aberflächlich. So, das ist nur mal vielleicht, weil du religiös getroffen bist, dass du so denkst. Aber für sie ist alles erledigt. Wir haben gebetet, ja, ist gesund, ja, okay, was können wir als nächstes? Du denkst, jetzt hast du gerade Atem genommen. Und wir mussten Formen anfangen, kreative Gebetsformen. Ah! Darum haben wir eben so Quiz gemacht, so mit einem von den Kindern so ein Quiz vorbereitet, oder eben Quiz, oder Leiterli spielen, oder was auch immer. Und bei allem, was wir gespielt haben, nicht da so verloren hat, nicht als beim Leiterli spielen, der runtergefallen ist, äh, jetzt kannst du noch ein Gebet wünschen. So, das ist cool, oder? Sondern immer wieder irgendetwas, wirklich, wie Memory, wie du das Paarli verwirrt hast, BOOM! zwei Punkte, dafür darfst du noch ein Gebet wünschen. Dann haben wir gesehen, ja, wir beten, sag ich jetzt mal, für die Leute in Afghanistan. Für die Christen in Afghanistan. Ja, wie können wir beten für die Christen in Afghanistan? Ja, die sind im Untergrund. Also, auch unter dem Tisch. Dann sind wir unter dem Tisch. Bis jeder unter dem Tisch. Sie waren schon wieder vorne, ich wollte weiterspielen. Aber ich bin unter dem Tisch. Und dann haben wir gebeten, für die Leute in Afghanistan. Form oder Reiselotto gemacht. Im Autokoch gesagt, hey, jetzt habt ihr zehn Kilometer Zeit. Ich sage, eigentlich sieben Gegenstände. Wenn ihr diese findet, dann gibt es eine Überraschung. das war vielleicht vielleicht eine Schleckstängung. Und dann haben wir gesagt, die Polizeiauto. Da, da, das. Ahung. Oh, was auch immer. Ein Pick-up. Ja! Ja, einer! Okay! Jetzt beten wir für unseren Nachbarn den Pick-up. Wir beten, dass er wirklich ist. Und, und, und. Und so. Jetzt denkt ihr, ah, das überfordert mich aber. Das war jetzt unsere Art. Das war ja klar. Das musst du nicht so machen. Sondern, aber machst du in der Form, wo Jesus dir lehrt. Ich sage das nur, für etwas anzureizen. Und nicht für ein Level zu setzen. Das war bei uns wachstümlich. Oder ich habe diesen Vers, auf den Entdecken, 5. Mose 6-7, wo es sagt, egal, ob du drinnen bist oder draussen bist, lehrt deiner Kind das Wort Gottes. Und ich habe mir angefangen, in den Ferien. Ich habe früher, manchmal, ein Struggle gehabt in den Ferien. Kommt bin ich in den Ferien gewesen, habe ich vergessen. Oder einfach, ja, ich bin nicht mehr dazu gekommen, wirklich Bibel regelmässig zu lesen. Am Abend hat es mich gestresst, aber auch nicht mehr. Ich weiss noch, obwohl die Kinder ganz klein sind, sie haben gesagt, jetzt mache ich es anders. Ich stelle mir die Aufgabe, und die Verantwortung, dass ich meinen Kindern jeden Tag erzähle, was ich gelesen habe. Und ich hatte ein Zettel bei mir, aber aufgeschrieben. Und ich hatte natürlich versucht, jetzt vielleicht nicht den Hebräerbrief zu nehmen, das ist wirklich tricky, sondern wirklich Geschichte zu nehmen. Und so, ich glaube, sie wären im Auto gehockt, oder irgendwo, und sie sagte, ich erzähle. Und so hat sich das angefangen zu einbürgern. Jeden Tag, wie es eben im 5. Mose 6 Vers 7 heisst, egal ob du drinnen sitzt, draussen sitzt, egal wo, erklärt, bring das Wort Gottes. Und das nicht nur, dass sie gelernt haben, wie die Schwiegermütter auf dem Solomon geheißen, ich meine, das wäre schon mal so ein Stress, oder? Sondern, mein Wunsch war, nach jeder Geschichte, ist immer die gleiche Frage gekommen, was lernen wir und was setzen wir um? Die Bibel ist nicht da, für irgendwelche schlaue Köpfe noch schleurer zu machen, sondern die Bibel ist da, wie Jesus sagt, Matthäus 7,24, wenn ihr nur gehört und nicht tue, dann baut ihr auf Sand, wenn ihr gehört und tue, dann baut ihr gesund. Und der kann so mal regnen und mal stürmen, es wird euch nichts tun, weil ihr baut auf Fels. Und darum war unsere Grundfrage, was machen wir jetzt mit dem? Und haben wir einander manchmal challenged? Und damit ist es nicht einfach, ich sage jetzt, was machen die vier? Sondern, was mache ich? Hey, mir ist bewusst geworden, ich war verrückt über das und das, ich habe das nicht vergeben, komm, ich will das jetzt gleich tun. Und wir sind im Auto gehockt, und ich sage, ich will dem vergeben, was er mir getan hat. Und die Kinder vielleicht ihre Geschichte einpacken, oder was auch immer. Weisst du, es war nicht immer High Level, es war nicht immer Holy Cloud und die Familie Kuh herum. Es gab viele Sachen aus dem Leben gegriffen. Unsere Kinder sagten, ihr habt euch so gezeigt, was euch weh tut. Wir haben eure Tränen gesehen. Ihr habt nicht versucht, irgendetwas darzustellen, was ihr nicht seht. Aber wir haben Jesus entdeckt. Weisst du, es heisst im 2. Korinther, dass Jesus einen Schatz in unser Erdengefäß legt. Und das Erdengefäß ist manchmal nicht so brillant. Aber der Schatz ist brillant. Und je weniger brillant, dass wir sind, je schöner wird der Schatz gesehen werden. Und je mehr wird beachtet werden. Gott baut nicht auf deine Stärke, auf deine Erfahrung, sondern das er durch dich. Aber es fängt immer an mit der Entscheidung. Ich glaube, die Entscheidung, ich glaube, Gott hat mich berufen, auch wenn ich nicht fähig fühle. Ich glaube, dass all das, was ich outsourced habe, das will ich zurücknehmen. Nicht, weil ich es besser kann als Kindermitarbeiterin, aber weil ich besser Multiplikator bin, weil ich einfach zum Multiplikator berufen bin. Und dann glaube ich, dann werden Herzen von Väter zu den Kindern, von Müttern zu Töchtern und umgekehrt sich zurückwenden. Und was das für eine Auslösung gibt, das lesen wir in dem letzten Vers vom Alten Testament, den ich vorhin zitiert habe. Es schützt ganze Nationen. Es bringt ein Sagen in die Quartiere, in die Dörfer hinein. Und in diesem Traum bin ich unterwegs. Aber jetzt habt ihr vielleicht viele, viele Fragen. Gibt es Fragen vom Livestream her, wo sie schon reinkommen. Ich habe vielfach mit Slido gearbeitet, wo Leute Fragen direkt stellen konnten. Eht ihr Fragen? Das ist vielleicht etwas überfordernd, aber das sind wir ja, das ist ein normales Zustand, das haben wir vorhin gesagt. Fragen, kritische Fragen, vielleicht brodelt etwas. Ehe, darfst du es auf den Faden geraten? Oder eben irgendwo praktisch, wo du sagst, wie hast du das gemacht? Vielleicht noch etwas wichtiges ist, vielleicht, wenn du Sachen hörst, denkst du innerlich, ja, das ist eigentlich schon. Aber bei mir, ja, bei mir ging das eben nicht. Ich komme gleich nicht zur Frage. Und ich glaube, das sind oft Fluchtgeschichten. weil wir uns vielleicht der Überforderung nicht stellen wollen. Aber jetzt freue ich mich auf deine Fragen. Ja. Ich wiederhole, die Frage für dich vom Livestream. Die Kinder kannst du noch gleich mal begeistern, aber wenn sie in Pubertät kommt, kann es dann auch kippen? Oder wie sind wir mit dieser Herausforderung Pubertät umgegangen? Also mit euch, eine Grundlage haben wir versucht, an sie uns immer wieder zu erinnern. Ich glaube wirklich, es gibt eine Entwicklung, es gibt eine Abnabelung, das passiert eigentlich vom ersten Tag an von den kleinen Kindern, wo sie immer mehr selbstständige Sachen machen dürfen. Und wir haben einfach gesagt, aber ich glaube nicht an die Horror-Pubertäts-Szenarien, wie mir die Gesellschaft das manchmal beschrieben hat. Weil das habe ich nie gefunden, weil ich dachte, das müsste fast beschrieben sein, weil das wirklich so dramatisch ist, wie es die Gesellschaft oft formuliert. Und darum habe ich gesagt, das glaube ich grundsätzlich nicht. Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass sie eine neue Freiheit brauchen, eine neue Arbeit, also eine neue... Ihr Radius wird grösser, wir glauben, dass unser Dienst wird verändern. Wir haben zum Beispiel, als Teenager, seit Teenager geworden, haben wir Teenage-Clubs angefangen, wo wir bewusst gesagt haben, hey, die Clubs, die eindliche Trägerschaft von diesen Clubs sind die Eltern. Und wir haben die Eltern zusammengerufen und gesagt, hör mal, das hast du jetzt vielleicht in unserer Kultur können, bei anderen braucht es jetzt noch etwas Anfahrtswege, um solche Punkte zu bringen. Hey, Männer und Frauen, wenn ihr eure Teenager in diesen Club schicken wollt, dann gibt es ein paar Regeln. Weil wir wollen, auch da, das nicht wieder allzusourcen. Wir sind ganz bewusst, brauchen sie die Clubs, es braucht coole Teenager-Leiter, die die Begeisterung mitnehmen, die auf dem Aufbau, den wir schon in durften legen. Aber wir verabschieden uns nicht. Wir bleiben die geistlichen Eltern. Aber in einer neuen Rolle. Und darum, wir verpflichten uns, einmal in der Woche mit dem Teenager-Stil Zeit zu machen. Wir verpflichten uns, wenn es hochkommt. Wir fragen uns, was habt ihr genommen, was beschäftigen die, wir werten die eben aus mit den Kindern. Und wir haben im Monat eine Qualitätszeit. Wirklich einfach, wir sehen, das ist das Level. Wenn das nicht passiert, passiert einfach das Outsourcing ein wenig später, und dann wird es so cool Teenager-Leiter. Der ist so cool, und der hat die Hose wirklich in der Kneue-Ecke untergehalten. Das ist alles okay. Aber das ist nicht der Punkt, sondern ich muss meine Rolle weiter haben. Und wir segnen die Teenager-Leiter und danken ihnen und feiern sie. Und so haben wir versucht, Hand in Hand zu gehen. Nicht, dass wir das abgeben. Ich habe ihnen auch gesagt, als Teenager-Elteren, hast du das Gefühl, ich höre das manchmal, uns braucht es jetzt nicht mehr so. Ja, das glaube ich eben nicht. Wir haben vielleicht ein wenig weniger Aufwand, im Sinne von, wir transportieren sie nicht von A nach B, weil sie nämlich inzwischen selber gehen können. Aber es braucht uns in die Zeit, in der wir uns investieren, genau gleich. Weil sie nämlich am Abend um 9 Uhr nach Hause kommen, braucht es uns, die noch einmal hierher sitzen. Vorher ist es vielleicht einfacher gegangen oder es ist besser mit unserem Tagesprogramm dann irgendwo zu kuppeln. Und darum haben wir versucht, mit den Teenager einerseits wirklich Flanken, Unterstützung zu geben von Teenager-Leitern. Wir haben früh auch mit ihnen, zum Beispiel, wir haben gesagt, wir wünschen uns, das haben wir uns als Familie gesagt, wir sind die Ersten, die mit ihnen über Sexualität reden mit unseren Kindern. Weil das nämlich Kindergärten macht, oder der Kindergarten, der Kollege, der mitten in den Kindergarten läuft, dann kommt es wahrscheinlich nicht ganz so raus, wie wir wollten. Sondern wir möchten die Ersten sein, die über Sexualität, über Finanz, was auch immer, auch wichtige Themen reden, natürlich altersgerecht. Und wir haben die Themen immer wieder vorgenommen. Und gesagt, hey, wir waren Preteens Jahre, das sind die Jahre, vor Teenager-Zeitalter, dann reden sie noch, dann kommen sie zu Teenager, reden ein wenig weniger. Aber wir wollen die Zeiten nutzen, um ganz nach ihrem Herz zu sein. Das ist die Hauptaufgabe. Und es gibt vor allem in den Teenager-Zeiten, wo sie vielleicht ihren Glauben nicht mehr so ekstasisch ausleben, wie ein Kind, wo sie so ein wenig Bubig finden, oder was jetzt so die Kinder machen und so. Und das muss so erleiden, wenn wir nach ihrem Herz bleiben, wenn wir die Beziehung behalten, wenn wir den Jesus in ihnen immer wieder betonen, nicht kitschig, sondern im Leben in ihnen, dann muss man so erleiden, dass sie mal ein wenig unertemperiert unterwegs sind, und jetzt vielleicht nicht gleich alles so feiern, wie sie es früher gefeiert haben. Das muss locker sein. Aber wir als Familie halten uns daran und sagen, hey, wir nehmen unsere Zeiten vom Gebet. Manchmal gab es Teenager-Situationen, wo Kinder sagen, nein, wir machen dich nicht. Aber das ist unsere Kultur. Sorry. Du kannst nicht all das wollen und das ist unser Herzstück. Und manchmal, wir sagen nicht, du musst aktiv das mittragen, aber wir machen das, wir sind miteinander unterwegs. Wir sind, we are family. Wir sind nicht einfach ein zu Stück. Und wir gehen einen Weg. Und so war es immer wieder schön, wie sich die Kinder immer wieder eingereicht haben. Natürlich, glaube ich, ist es ganz wichtig, dass wir diesen Prozess mit Gebet begleiten. Denn die Einflussnahme ist brutal. Also ich meine, mit ihnen sie einzuführen in die sozialen Medien, mit ihnen über Instagram-Konsum zu sprechen, hat es dann noch nicht gegeben. Dann war es erst Anfang Internet. Mit ihnen darüber zu reden, was sie für Schutzmechanismen brauchen, dafür, dass sie nicht irgendwo in diesem weltweiten Ding auf falsche Pfaden kommen. Das hat Zeit gebraucht. Das hat aber immer wieder die Herzensbeziehung. Und ich glaube, das Entscheidende ist, dass sie wirklich unser tiefes Interesse, unsere tiefen Liebe spüren. und dass wir uns nicht verunsichern lassen lassen, wie manchmal die Sachen, ihre Ausdrucksform von Glauben sich verändern. Ich meine, wir haben mir gewünscht, die Älteste, weisst du noch die Älteste, ich weiss nicht, sie hat mit 10 in die Bibel durchgelesen. Und wirklich von A bis Z. Wirklich, ich weiss nicht, 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 schenken. Dann hat sie gesagt, warum Daddy? Ist das nicht Teil der Bibel? Sie sagt, ah ok, ja komm, zieh ihn durch. Dann habe ich mir gedacht, das ist normal. Dann kam der Timo, das war lesenvoll. Ich habe mich manchmal mit ihm auseinandergesetzt, hinschockt, und gesagt, weisst du, ich möchte einfach das Beste, das ich entdeckt habe, mit dir teilen. Und wir sind manchmal zurückgehalten. Wir denken, wir könnten es falsch beeinflussen. Freunde, ich will euch mal sagen, die Welt wartet nicht mit Beeinflussung. Wenn wir es nicht machen, macht es jemand anderes. Und nicht im Sinn von Druck, sondern ihre Frage war, Daddy sagst du, dass du dich christlich gut verkaufen kannst, das war ihre innere Frage, oder ist das das, was du lebst? Und ich glaube, das fängt mich herausgefordert, wirklich mit dem Jesus selber unterwegs zu sein, in Zeiten, in denen vielleicht weniger zu reden, sondern mehr zu schauen, wie eben Timo sagte, ich habe immer an der Bibel gesehen, am Morgen, ich bin aufgestanden, es hat mich geprägt, auch in Zeiten, in denen er selber nicht so gelesen hat. Heute ist er selber ein feinchen Daddy, macht einen coolen Dienst mit vielen Ausländern, liebt ihn von ganzem Herzen. Er hatte auch nie einen Anbriss gehabt, aber in dieser Zeit hat mir manchmal andere Ausdrucksformen gewünscht. Aber ich musste merken, ich kann das kommunizieren, aber ich muss vor allem nach seinem Herzen bleiben und ich muss es leben. Sonst noch Fragen? Ja, wie hast du zu sprechen, dass du deine Worship-Zeit oder Kinder meinten, bei welchen nach reaktivit werden? Hast du den Kassel gewünscht? Hast du die Kinder in der Akten mit dem Kassel oder hast du das Kinder helfen? Oder nur die Eltern? Genau. Die Frage war, so wie Worship-Zeiten, in der wir manchmal nicht so abgegangen sind, wie ich mir das vorgestellt habe. Hast du die Kinder dann gezwungen? Oder wie hast du das gemacht? Also es war ein bisschen individuell. Aber was wir wirklich versucht haben zu sagen, zu sagen, hey, we are family, das haben wir versucht, das gehört zu uns. Das findest du nicht so cool, oder? Aber dafür findest du es cool, dass wir immer wieder in Walgen, Gummensecken, oder was auch immer. Hey, aber andere finde ich es cool. Aber ich finde es cool, und jetzt wollen wir das auch mal für meinen Teil auch reinbringen. Und natürlich habe ich gedacht, dass wir es nicht gleich 3-4 Stunden gemacht haben, das hätten wir allen selber nicht ausgehalten. Aber wir haben versucht, wir wollen mehr Kinder und Kinder leiten nicht mit ihren Interessen und ihren Flops und Tops unser Leben. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Grundsatz. Und in diesem Sinne haben wir logisch auf ihren Interessen und ihrer Bedürfnis Rücksicht nehmen. Aber wir prägen die Family. Wir haben am Schluss die Verantwortung, nicht sie. Und darum geht das auch ein bisschen rein. Aber ich merke, ich habe lange gekämpft. Oder vielleicht ist unsere Generation eher aus einem dualistischen Glauben gekommen, und dann auf das Mal konnte man sagen, jetzt musst du Bibel lesen. Und ich dachte, okay, was ist mit dir passiert? Und dann wusste man, ab jetzt musst du mitlaufen. Oder sonst bist du ein schlechter Christ. Und darum habe ich mich manchmal zurückgehalten. Und gleichzeitig wusste ich, das ist das Beste, was ich vermitteln kann. Und wenn sie meine Leidenschaft spüren, ich meine eben, und das wiederhole mich, ich glaube wirklich, wir sind zu zögerlich. Wir haben Angst, unser Kind in etwas reinzuzwängen. Das ist wie eine Grundangst. Aber ich zwänge sie nicht in etwas rein, sondern ich gehe ihnen voran. Und ich rufe sie in diese Sinne zu kommen, wo ich bin. Das ist total etwas anderes. Und ich glaube, das muss es sein. Oder sonst ist es immer so... Sondern ich glaube, dort leidenschaftlich vorab zu gehen. Und das habe ich versucht. Oder ich habe auch mal gesagt, wir scheisse das manchmal schon an. Ich meine, ich war auch nicht jeden Tag stundenlang am Singen. Und manchmal fing ich die Lieder an. Und ich denke, jetzt singt er ein neues Lied. Das wäre es dann wieder einmal nachher, diesen Vers zu lesen. Und manchmal waren es dann wieder zu viele neue Lieder. Ich denke, jetzt könnt ihr wieder runterfahren. Aber mit ihnen das zu klären, ich glaube, das hat ihnen manchmal gut getan. Zu merken, meine Eltern sind nicht einfach immer nur Happy Clappy, sondern... Aber wir gehen zusammen durch. Ich weiss noch, wir haben evangelistische Einsätze gemacht. Wir waren miteinander unterwegs. Hey, schau mal! Das war manchmal ein Theater. Das war wirklich furchtbar mühsam. Einfach, weil eines hat das meistens gesponnen. Wenn er klar kam, mit diesem geistlichen Kampf. Natürlich haben wir gebetet für das. Aber... Wir haben einfach gesagt, wir machen es gleich. Wir sind einfach... Das ist unser Anliegen. Weihnachten... Das habe ich immer schlimm gefunden. Wir haben am 24. Bis wir schloss Softlachen, dass ich keine Phobie beklemmen. Aber am 24 haben wir gefeiert für uns als Family. Und am 25 haben wir gefeiert, weil wir mit anderen, einfach anderen zu beschenken. Irgendwie... Irgendwie... Die oder die... Und sie haben dann manchmal das Gefühl, es wäre einmal zwei Tage dran. Und dann sind wir verbunden. Sie sind auf Bern auf Gas. Das haben sie wie gefeiert. Das haben sie wie so schlossene gefeiert. Und wir müssen, ich glaube, so nicht Gang in Gang durchzogen. Aber... Aber... Aber wir haben schlossend darüber gelacht. Und sie sahen, das hätte ich so angeschissen. Aber wir hatten wirklich das Gefühl, es ist... Es ist jetzt dran und das machen wir jetzt. Und irgendwie... Bleibt aber trotzdem etwas hängen. Oder... Irgendwie... Ich staune manchmal, was unsere Kinder, die prophetischen Sachen, was sie praktizieren als Family. Wie sie das... Wie sie das jetzt leben, wo sie früher vielleicht vielleicht manchmal gemotzert haben, dass wir das so machen. Aber... Echt fröhlich. Und das Bild wirklich. Ich gehe vorab und ich rufe sie in das hinein, was mich begeistert. Ja? 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 Die Frage war, ich bin zweifach ein Grossvater. ich bin zweifach ein Grossvater. Ja? Es ist schwer, jetzt in eine andere Rolle hineinzukommen. Also ich habe jetzt nicht mehr... Ich habe jetzt nicht mehr... die Grosskind in das hineinführen. Oder nicht? Ich... Würde jetzt... Ich... Ich müsste mich jetzt vielleicht sehr fragen. Ich hoffe, sie würden das Gleiche sagen, wie ich. Ähm... Ich würde jetzt sagen... Wie begeistert bin von dem, was sie leben. Nicht von allem. Es gibt Sachen, die denken, das könnt ihr euch schleier lösen. So. Also... Also... Aber... Weil das, was mich begeistert, versuche ich zu kommunizieren. Und... Ich versuche logisch, meinen Teil hineinzubringen. Ich meine, wenn die Bübeln da sind, die gehören jetzt schon Kindergeschichten. Also... Der Eint... Ja, genau. Also... Wenn er weiss, es geht zueinander Nanna, also so... Das ist die ältere... Nanna ist meine Frau. Dann geht er ein Büchli holen. Weil er weiss, seit 28 kommt eine Büchli-Zeit. Also... Das begeistert mich. Aber das ist mein Teil. Und trotzdem möchte ich ihnen viel Freiraum geben. Also... Und ich empfinde so, dass sie sich nicht... Wir sind beide... Familie, mit uns noch in die Skiferien gekommen. Ich habe das Gefühl, das ist sehr entspannt. Und... Aber es wäre vielleicht anders, wenn sie es völlig anders erleben würden. Völlig... Das wäre vielleicht noch etwas speziell. Aber ich... Darum ist es etwas hypothetisch, wenn ich dann reagieren würde. Sie machen mir so sehr einfach, dass sie meine Rolle finden. Von dem her... Ist es einfach nicht ganz abschliessend. Sonst noch... Ja, da oben und dann noch da. Und dann... Ist halb in 10. Ja. Ab welchem Alter ist es die Qualität? Die Frage ist, ab welchem Alter ist es mir die Qualitätszeit gemacht? Dann müsste jetzt meine Frau fragen. Jetzt ist sie nicht da. Ich hätte jetzt gesagt, so ab 3. Ja. Genau. Wobei... Auch vorher... Also ich finde... Ein Kind reagiert ja immer auf einer Qualitätszeit. Und... Eines von unseren Kindern hat als liebe Sprache ungeteilt. Die Aufmerksamkeit für die ist es genau gewusst, in welcher Woche sie da dran ist. Genau. Und andere haben es vielleicht weniger jetzt so bewusst gefeiert. Aber... Ja, mit 3... Spätestens mit 3. Genau. Da war noch eine Frage. Wie hast du die Berufung für die Kinder entdeckt? Und... Wie hast du die Berufung für die Kinder entdeckt? für die Kinder entdeckt? Und wie konnte ich sie freisetzen? Da verwirschst du mich vielleicht gleich auf dem falschen Fuss. Also... Gut gemeint. Ich muss sagen, wenn ich... Ich sehe Freunde von mir, die auch in einem Dienst stehen, die machen sich von meinem ersten Tag an Gedanken, wer das von ihren Kindern vollzeitlich dienst, wer das was... Ich habe mir da nicht so verrückt Gedanken gemacht. Das war vielleicht ein Fehler. Ähm... Bezüglich so berufig. Natürlich haben wir sie begleitet auch gerade in Berufswahl. Das war sicher ein Tag. Wir beten, wir gelöst, was redet Gott, was hast du... Aber es ist jetzt nicht so... Höch... Gewichtig sind vielleicht auch aus meinem eigenen Leben. Ich habe nie geplant, Pastor zu werden. Oder nie geplant, so eine Berufung zu haben. Ich bin einfach dreigestockelt. So. Mit ein paar Verstocklern. Genau. Aber... Und darum ist... Und vielleicht auch, weil ich manchmal denke, Berufung... Meiner Eltern... Die Generation von meinen Eltern hat nie, oder auch unsere Generation kaum über Berufung gesprochen. Das ist einfach, wir dienen, was geht auf, tut das machen wir. Heute haben wir eine sehr individuelle Individualisierung natürlich. Wo auch eine Volksschule natürlich sehr modern ist. Und darum reden wir mehr über Berufung, was auch gut ist. Aber es war bei mir nicht so ein Thema. Von daher wäre ich dir falsch, um da eine Antwort zu geben. Und manchmal... Ja... Also die stehen alle so gesund im Leben und mit ihnen unterwegs sind ein riesen Geschenk, das wirklich Gott hat gemacht. Und manchmal denke ich, vielleicht hätte sie dort noch etwas mehr mithelfen können. Nicht beeinflussen, wenn wir falsch sind. Aber die machen einen super Weg. die Bibel für Teenies Okay, was ich für eine Bibel für Teenies würde empfehlen. Ich finde die NGU, also ich habe keine Aktien, aber die NGU finde ich super. Also NGU ist eine neue Genfer Übersetzung, ist halt nur das Neue Testament, aber auch die Sprüche. Ich finde, mit Kindern in den Ferien zu sagen, wir lesen jeden Tag ein Kapitel von den Sprüchen. Ich meine, das ist hochdramatisch spannend, ehrlich. Fast jedes Vers ist ein Hammer, welches da eingeschlagen wird an Lebensweise. Also... Okay, aber dann wären wir bei Bibel Übersetzung. Eben... NGU finde ich super. Hoffnung für alle ist sehr verständlich. Dort ist auch das Alte Testament drin. Ich habe lange mit Hoffnung für alle unterwegs gewesen. Dann hat man immer gesehen, es sei zu Gummischwert. Für mich habe ich heute Elberfelder, ich bin total leidenschaftlich mit dem unterwegs. Aber das würde ich für Kinder nicht empfehlen. Volksbibel... ist ja noch so trendy gewesen. Das ist so die Umgangs-Gassensprache, die wir zwar behagen, weil ich doch manchmal nicht so eine kognische Sprache habe. Aber das ist für mich manchmal despektierlich. Also jetzt einfach plakativ, das mal so zu sagen. Gut... Ich muss morgen früh auf, ich habe noch länger Heimweg, aber ich will zuerst noch beten. Oh, übrigens, das habe ich nicht gesagt. Oh, sorry, das sind jetzt eure religiöse... Moment... Wir sind das dritte... Sorry, ich habe euch ganz vergessen vorzustellen. Nein... Benji und Debbie, sie machen momentan das Act. Ich gebe jeweils meine Diensttermine ein, und dann schreiben sie sich ein, wenn das sie dabei sind. Und sie kommen von Zug. Sie sind jetzt eben als Tieracher im Act. Und haben sich entschlossen, dahin mitzukommen. Sorry, das habe ich voll verkackt. Das schätze ich am Anfang immer. Das wertschätzen, darum schön seid ihr da. Aber jetzt beten wir. Gut... Jesus, ich bin so dankbar, dass du uns in unserer Überforderung nicht nur gesehen hast, sondern dass du gesagt hast, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in dieser schwachen Mächtung. Und uns wird unsere Schwachheit als Väter und Mütter so vor Augen geführt. Aber ich danke dir, dass du gesagt hast, das reicht. Unsere Schwachheit reicht, wenn du für deine Gnade ins Leben kommst. Und wir kapitulieren von dir. Du sagst, wir haben einen Traum. Und ich glaube, du hast heute Abend in viele Herzen einen Traum angezündet. Einen Traum von Familie mit Jesus zu leben, der eine Multiplikationswirkung hat. Und ich spreche ein, dass du Jesus jetzt die Schritte zeigst, was das bedeutet, dass wir nicht morgen versuchen, auf A und Rad in jedem Bereich neu zu finden, aber dass du unser Herz neu gehackst. Und dass unser Sein füllst mit ihrer Gnade, dass Sachen auf einmal möglich sind, die vorher noch nie möglich wurden. Und ich setze Familien frei, die einander lieben, die eine Kultur haben, die Jesus Raum gewinnt, die einander vergeben können, die einander gerennen und lachen können. Ich setze Familien frei, wo Jesus gross wird und Kinder daraus wachsen, die wir multiplizieren, die wiederum Familien leben dürfen, die Jesus gross machen, an den Orten, wo du uns hergestellt hast. Und ich danke dir, dass du es jetzt so bewahrst, was du heute Abend gesetzt hast, und dass du uns jetzt Gnade gibst zu den Schritten, die du uns jetzt offenbarst. Lass uns noch einen ganz kurzen Moment still sein, wo wir fragen, Jesus, was ist mein praktischer Schritt, den du jetzt mit mir gehen willst? Ich danke Jesus für das, was du uns zu Herbst gelegt hast, und jetzt segne ich uns, das wir in diesen Schritten wirklich dürfen erleben, wie Jesus das bestätigt. Amen.